Ostern steht ja vor der Tür und ich möchte dem Illustrator zeigen wie ich jetzt ein Osterei zeichnen oder gestalten würde. Für das nehme ich so ein hochgezogenes Oval. Ich gebe dem eine Farbe. Okay, dann würde ich diesen Punkt oben nehmen, noch ein bisschen nach oben, diesen unteren Punkt und den noch ein bisschen so, bis es mir die Osterei-Form gefällt. Dann als nächstes hier oben ein Oval. Das mache ich mit einem helleren Blau. Das würde ich dann auch noch ein bisschen schieben und vielleicht noch ein bisschen so rotieren, wie ich da den Flecken möchte. Irgend sowas. Gut, dann nehme ich das Ganze, sage bearbeiten, kopieren, bearbeiten, davor einfügen und ich gebe dem ein anderes Blau. Das da, das Blau, das verschiebe ich jetzt irgendwie so in diese Richtung. Jetzt brauche ich nochmals das Ursprungsei in dem Sinn mit drückter Alt-Taste, mache ich jetzt von dem eine Kopie und das kehre ich jetzt um und den Rand färbe ich oder die Kontur färbe ich jetzt rot ein. Das gibt eigentlich nur dann meine Eiform. Ich wähle das alles an, rechte Maustaste, Schnittmaske erstellen. Und jetzt haben wir das. Dann gehe ich auf dieses Tool. Das ist das Angleichen-Werkzeug. Doppelklick. Ich möchte Farbe glätten. Ok. Von dieser zu dieser Farbe und von dieser zu dieser Farbe. Dann haben wir das Ganze. Das ist mein Osterei mit einem schönen Farbverlauf. Gut, ich verschiebe das noch ein bisschen. Eine Kopie, zwei Kopien. Von dem her. Also noch ein bisschen drüber. So, jetzt haben wir drei Kopien. Zweites Ei anwählen. Hier oben auf Bildmaterial neu färben. Bearbeiten. Farben zusammennehmen. Und wir machen eines in einem Grünton. Ok. Nächstes anwählen. Den gleichen Schritt bearbeiten. Jetzt stelle ich das auf ein schönes Rot. Ok. Und schon habe ich diese drei Osterei mit diesem schönen Verlauf. Also ich glaube, Ostern kann kommen. Sie können ihre Osterkarten sehr gut mit diesen Eiern in Adobe Illustrator gestalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.